den da, so einen haben wir doch, ne, da ist der Motor dahinten, der da liegt, definitiv liegt da der Mucke, das gibt für mich nicht aus wie dem Motor, ich wollte hier auch, aber geht nicht, was soll das sonst sein, wie, mal lieber, du, dass du mich hier rausziehst, tschüss, der Weg war gar nicht so, tschüss, wo willst du den hier hinziehen, erstmal aufs Pestland, irgendwie, oh, Michi, Junge, danke für deinen Rate, Vielen, vielen, vielen Dank, hm, schon Feierabend jetzt, um 8 Uhr angefangen, jetzt aufhören, statt langer, Dankeschön und herzlich willkommen, liebe Raiders, Raiders, Ja, muss morgen früh raus wegen Besuch, hm, Kannst du den mal lösen, den bei dir? Gute, dann macht das natürlich Sinn, Schreibe dir auf jeden Fall nachher nochmal, Geile Pullover, ja, ist, ich hab ein T-Shirt, du, du hast den Pullover, ich hab T-Shirt, Äh, Fracht, Stahlträger, Lernbo, Hänge, achso, ich dachte, Warte, wenn wir da stehen, Trotz immer, äh, Jack & Jones Buddies, ich hab, mein halber Schrank ist zwar nicht voll von Jack & Jones, Ist, ist jetzt nicht so das Billigste, ist jetzt immer nicht das Teuerste, ist so ein Mittelding, ne, Mag ich ganz gerne, aber gibt es leider nicht so viel Fettsäcke, so viel von. Ich meine, nach vorne komme ich nicht gefahren, dass du tief nach hinten gehst, aber da ist ein Baumstamm bei dir. Wenn du da nicht wieder hochziehen kannst, dann wäre gut. Das Game sieht aber nicht schlecht aus, nee, das ist irgendwie doch gar nicht schlecht. Mein Tank ist leer, kotzen Fäßen. Ich hab 28 Liter, aber... Nee, das macht keinen Sinn, Alter, das ist so schnell leer, ich verbrauch 6 Liter pro Minute, Alter. Das ist so schnell weg. Na gut, also... Müssten wir mal... Mein... Zurücksetzen. Kannst du selber zurücksetzen. Alter, diese Kackpunkte hier, ich kotze. Möchtest du das Fahrzeug? Ja. Äh, solange du den Truck eines anderen... Nee, das ist nicht meiner, das ist halt der Truck von, äh... Das ist so kacke, das ist so nervig. Das ist, äh, ja... Also, äh, quasi andere versenken mal eine Karre und hauen den einfach ab. Nein, ich habe die nicht versenkt. Nur so halb. So halb versenkt. Aber ich hab keinen Sprit mehr. Ja, 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 ja. Den kriegst du, glaub ich, nicht raus, oder, Eggi? Oh, hier ist die Baustelle. Ja, ich muss gucken. Meine Baustelle. Aber ich kann mich auch nicht in den Truck reinsetzen. Der wird mir nicht anerkannt. Ich würde jetzt den Trastalträger und den würde ich mal da rumkommen. Ich starte den Motor am... Hey, wo ist denn der Punkt? Kann den Motor... Starten. Ja, mach mal. Ja, hab ich doch. Der läuft doch. Deswegen kann ich nichts erziehen. Ja, ich kann leider... nicht drauf zugreifen. Wir sind jetzt schon kommen. Bevor du den raus hast, dann ist der Sprit leer. Ich glaube, bevor ich da ankomme, ist mein Sprit auch leer. Ja. Da ist noch mehr als die Hälfte drin, aber... Wallerkeit. Felsensturz und gucken, ob ich da rumkomme. Und anscheinend nicht. Äh... Schlecht. Du bist gerade auf dem Weg, auf eine andere Map zu fahren. Ja. Was? Ja. Kopf ist ganz oben im Norden auf dem Weg, die Map zu verlassen. Ja. Das ist richtig. Ja. Ich komme dann gleich mal zu euch, euch helfen. Wir sind komplett auf der anderen Seite der Map. Also, ich habe gesagt, wenn ich das abgeladen habe hier... Ja. Jetzt muss ich hier aber woanders lang. Gut. Wenn ich jetzt den anderen Truck finden würde... Dann könnte ich mich da reinsetzen. Komm, ich gehe jetzt mal zur Werkschaft. Also, ich habe jetzt 7.650. Ich habe auf jeden Fall das Geld bekommen von dem Auftrag. Hm. Äh... Ich bin glaube ich hier links gefahren. So. Und dann... Warte mal eben. Wo konnte man eigentlich gucken, was die Aufgabe an der Map ist? Ah, ok. Regionsfortschritt. Erster Bohrplatz wurde errichtet. Puppen läuft. Müsst ihr denn auch irgendwie... ...die Felsen, die da runtergefallen sind und sowas... ...krieg ich mal irgendwie entfernen können mit Aufträgen, ne? Gehe ich mal davon aus, dass du irgendwann dann alle Straßen vernünftig frei hast. Wie wärs denn mal vielleicht mit nem Kieskipper hier? Und ich muss den Kies reinkippen hier überall. Da steht mein LKW. Achtung... Wack wechseln. Da rein... Der hat noch vollen Sprit. Egi, ich komme mit dem... ...mit meinem angefahren dann. Und ziehe dich, versuche dich rauszuziehen. Ich kann ja rausfahren, das ist ja nicht das Problem. Regina, ich bin beschissen. Ja, aber wenn du am Bergungs-Lkw hängst und ich an dir, dann kommen wir dir noch leichter da raus, oder nicht? Ja, das bestimmt. Wo bin ich denn da jetzt am schnellsten hin? So, wieder so eine Katastrophenstrecke mit dem Wagen hier. Aber das Stück wird auch noch Katastrophe sein. Warte mal, ich habe ja jetzt auch 7000 Hacken. Vielleicht kann ich an meinem Lkw was verbessern, dass der dann ein Allrad oder so wäre mal ganz geil. Weil das würde den Lkw dann schon um einiges verbessern. Ich kann ja leider nicht mehr oder weil wir ihn gleichzeitig machen. Ich kann ja den nicht hinten ranziehen und mich dann an den Baum festlegen. Ja. Ich weiß nicht, dass der dann noch was. Kunde, Halbinsel, Carola, Russland. Für den Wagen müsste ich nach Russland und... Oh Mann! Ja, es steht immer, wo du hin musst, was du aufdecken musst, um das zu finden. Ja, 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 ja. Ich spiele schon, um das alles zu kriegen. Nur mal. Oh, was kann ich denn da machen? Habe ich den denn jetzt drin? Halbbarkeit. Spricht aber auch. Oh, ich kann den höher setzen. Und hier. Das ist ja geil. Okay. Ich habe den jetzt mal höher gesetzt. Ob das was bringt? Ich weiß ja nicht. So, wie geht es jetzt weiter? Oh, ich kann den höheren. 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 Äh, ich gucke doch gar nicht rum. Oh, was ist denn Scheiße, was ist denn das? Uff. Da kommt noch nichts. Vielleicht hätte ich vorher die Karte da aufdecken sollen und jetzt besser gucken können. Ja. Ciao. Ja. Oh, ne. Oh, ich hab'n Plaku. Was? Ich hab'n Platten. Oh, Scheiße. Aber ich komm' ja auch nicht weit her. Ist kaputt. Kacke. Ich fahr da durch. Mit Platten. Aber ich komm' da, glaub ich, eh nicht an. Hm. Der beste Weg nimmt der da. Ja. Boah. Ja, war blöd, dass die Karte halt noch abgedeckt war da, ne. Dann wäre ich den auch nicht gefahren. Hier mal ein Sprit überall. Gefährlicher Wasserstand, alles klar. Läuft doch noch nicht in der Kabine. Ist doch alles gut. Ich glaub' ich, dass das hier was wird. Axtstrecke hab' ich, glaub' ich, hinter mir. Ja, kommst du nicht. Das war's. Äh. Wenn ich mich hier zurücksetze, dann ist hinten die Rohre auch wieder weg, ne. Oder die Stahlträger, ne. Ja. Ja gut, bringt aber nichts. Machst du nicht. Ja, da wirst du entweder nur noch mit der Winde rauskommen oder gar nicht. Nein, da kommst du auch nicht mit der Winde raus. Das war's. Ja gut, äh, denn... Du kommst da raus voll an. Wie, mein Sprit ist auch nicht alle. Da kommst du, und selbst wenn ich denn draußen bin, dann muss ich mich eh bergen. Hast du den anderen Dings dann? Ja. Weil die Strömung von oben kommt, drückt er mich halt auch gegen den Pfeiler hier, also gegen den Mast, ne. Wo fährst du auch lang? Naja, war halt, äh, ich muss hier oben zu der Fabrik. Und ich wollte auf der anderen Seite lang fahren, weil die... Also was willst du bei der Fabrik? Die Stahlträger hinbringen. Ach, du machst gar nicht unseren Auftrag, du machst einen anderen Auftrag. Ne, wieso, welchen habt ihr denn stehen? Ja, nass, bla bla bla. Da fehlen auch, glaub ich, nur noch Stahlträger, um zu fahren. Aber hatten wir den nicht eben gerade gemacht? Den hatten wir doch abgeschlossen. Achso, selbstverständlich. Ja. Ja, den wollte ich jetzt wieder hochbringen, aber will er nicht. Der Weg ist halt unfassbar weit von der einen Fabrik zu der anderen Fabrik. Fahr doch mal rückwärts einfach, probier mal rückwärts zu fahren. Neu ansetzen, weißt du? Nee, kommst du gar nicht raus. Ist doch rückwärts gegangen. Ja, ja, jetzt ist er rückwärts gegangen. Ja, rückwärts zu der Seite und so, wie du auch alles. Ja, ist da ein Punkt. Der ist hinten dran. Der ist hinten dran? Ja, jetzt fahr doch vorwärts wieder. Der fährt nicht. Der ist zu tief. Der Winde. Da nicht. Da nicht. Mach doch nicht immer Auto-Snap. Mach doch mal gucken, wo du hinkommst noch. Gute. Na ja. 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 Ein bisschen. Aber durch die Strömung rutschte halt wieder rüber. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Aber mit dem Benzin kommst du sowieso nicht hin. meine ich ja auch wenn ich hier ausbilden ist das wird alle wenn ich raus bin ja das ist schon kacke hier rein rauskommt geht's was macht der da von diesem weg durch den mittel und der fährt da außenrum ich denke wirklich hier fest das ist so schmutz man zieh Junge zieh ich bin ja nur da auf die straße kommen 16 aber jetzt weißt du auch was ich drin habe die Strecke rein und habe ich mir gedacht ja fährst du mal da rein ich bin ja Idiot ne ja ich glaube ich bin gleich raus wenn ich jetzt nicht meine Standstelle aufploppen nachtanken nein anderswo er hat ja keine Punkte hier hab ich dies nachgetan ja und jetzt jetzt musst du mich nachtanken also du musst das machen 40 Liter kann ich dir geben was? ich konnte dir jetzt 40 Liter geben anscheinend naja ist gar nicht tschüss haha ist das ein Nerv Alter ja das wird's noch nix ich muss mal bei Gelegenheit mit dir quatschen Punkt 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 ähm die Punkte gefällt mir dahinter nicht danke die Punkte gefällt mir nicht wenn Frauen Punkte schreiben nach einem Text das ist gar nicht gut ist gar nicht weiter mal hier kriegt kein also gibt's Backup oh neee jetzt ist der Tank leer Aber ich bin raus Oh nein Du musst deine Wind hindern abmachen Ja Ja, also Bestimmt wegen dem Du wirst so wie das Horrorspiel heißt Das kann sein Oh, wenn das nicht so eine Plastikbäume Wir werden hier die ganze Zeit Thema Die brechen sofort weg Und Onkel Scholli Will Dämonologist Mit uns zocken Ja, können wir machen Ja, lass doch die Punkte sein Da kommst du hin, aber mich kannst du nicht anvisieren Nee, dich konnte ich nicht anvisieren Was seid denn hier? Ach, hier sind wir quasi in der Ecke Ich komm wieder fest Mach dir da mal ein... Wann ist die Frage? Ja Kommst du da weg oder nicht? Mach mir den Kopf Das weiß ich nicht Ich dachte, du ziehst mich mal Aber du stehst einfach nur vor mir Passt euch Wochenende besser Oder ist das egal? Könntest du mal Scholli fragen? Ja, ich glaube, ich setze dich mal zurück Bleib mal da stehen Ich komm hier eh nicht weg Ich häng die ganze Zeit hier schon Ja, ich muss eben nem Punkt kriegen, dass ich hier... Frau Logik, ist so Warte mal Äh, was ist es? Warum geht das nicht? Hä? Ach, kein Sinn. Kreis. Ich kann... Lass ihn mal los, wenn's geht. Lass ihn mal bitte los. Genau.